ARD Text im Auftrag von Funk Yo Leute, Hanna jetzt schon hier zu einer weiteren Folge von Hurtstorm zusammen mit Sven. Wir sind beide Krieger und Silvanus kriegt ein bisschen auf den Sack. Weil Mitte drei Leute sind. Was? Okay. Hinterhalt, let's go! Ja, wir spielen, äh, was spielen wir? Nochmal, äh, Drachgärten. Die Abel ist schonmal tot. Also, den hier, nicht uns, sondern... Wer ist tot? Die Abel von denen war tot. Echt? Mhm. Sauber. Lobo und die Rande haben ihn gekillt, glaub ich. Und setzt den Drachenritter vor. Ja, weil hier war er nicht. Ja, dann oben. Sind wir noch Solo? Ich bin Solo, ja. Ich hab einen. Oh, da ist Seratul. Der ist böse. Oh nein. Naja, konnte ja nichts gegen mich tun. Ich hab noch einen. Dann gehört die Macht des Drachen durch. Gegner getötet. Ich hab schon zwei Kills. Seratul bestimmt. Ich schau die ganze Zeit auf, wie die Karte ist. Oh, da ist der neue Karasim. Ich hab keine Mana mehr. Oh, Seratul. Oh, ich muss weg. Ah, Abklingzeit. Verdammte Scheiße. Oh man. Ich muss mal zurück, okay? Ja, ja. Also, nicht so reinrennen, weil du hast mehrere Gegner, ne? Und der hat Heilfähigkeit geskillt, pass auf. Der hielt sich selber ziemlich schnell hoch. Was sehe ich? Die ist unsichtbar. Längst sie ab, längst sie ab. Ja, dabei. Okay. Bin auch wieder da. Bauer mal, ne? Ziemlich mal zurück. Oh, krass, ich bin gleich tot. Aua. Äh, Leute, nie. Ist... Harder Kampf hier. Äh, und... Wer ist gestorben? Äh, Nova. Fuck it. Wir haben die unsichtbar erwischt. Na, oder? War die unsichtbar? Ich weiß gar nicht. Werde ich im Video sehen. Einen da. Ja. Oh. Ja, du. Ja, du. Ja, komm mal, verreck. Verreck. Aber sie haben es geschafft, ne? Ja, im Sinne. Ja, aber den holen wir uns auch noch. Oh nein. Versuchen wir uns zumindest. Komm schon. Abschließend verpiss dich endlich. Alter, ich geht da lang. Oh nein. Hättest du nicht machen sollen dürfen. Du hättest nicht machen sollen. Einfach nur mal angreifen. Ja, ich habe ihn danach wieder zurückgezogen, ne? Ne, hast du nicht. Aber es hat nicht geklappt. Ja, es hat nicht geklappt, ihn wieder reinzuwerfen. Ich wollte ihn erst wegrahmen und dann wieder reinwerfen. Ja, du brauchst eine zweite Aufladung dafür. Achtung. Aber den ihr Ding, sie ist schon wieder down. Alles klar. Ein tödlicher Schlag. Au. Oh nein. Alter. Junge. Ich habe ihn rausgeholt. Es tut was. Es tut was. Bitte. Nein. Ach komm. Ich habe mich getötet dafür, dass wir den kriegen. Ich wusste, dass da hinten drei sind. Und dann überlebt der auch noch. Aber komm, den kriegt ihr jetzt. Ich hoffe es. Aber ich habe keine Warnung mehr. Doch. Ich lebe ja schon wieder. Ich weiß nicht. Seelen lebe ich ja immer so schnell wieder. Das ist ja mein Vorteil. Ich kann mich ja umbringen. Ja. Kommt den holt ihr euch auch. Ihr ist tot. Er ist tot. Oh, ich habe hier oben auch wieder zwei. Ja, ich bin gerade unterwegs zu dir. Die machen Buddy. Gang. Gang. Ich habe keine Warnung mehr. Ich kann nichts mehr machen. Ja, der geht zurück jetzt. Hopp. Hast du einen Brunnen cooldown? Ich hoffe nicht. Nein, nein. Okay, dann nehme ich Brunnen. Dann erfüllt die Schreine. Er erfüllt die Schreine. Entfesselt den Zorn des Drachen. Ah, hinter mir. Ah, komm schon mal. Der ist jetzt wieder schafft, ne? Ja, er schafft es wieder. Aber er schafft es einfach jedes Mal. Wahrscheinlich weil es in der Flacke ist. Komm wieder zurück. Aktiviert die Schreine. Nehmt die Macht des Drachen Ritters in Anspurt. Boah, Sam, war das? Verpiss dich einfach. Schreine. Ich weiß. Komm, die Gang rappen wir jetzt. Achtung, da kommen welche. Krass sie mir was, glaube ich. Nee, einfach. Achtung, Diablo. Ja, 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 ja. Oh. Er ist böse auf mich. Na klar. War doch klar. Ich komm nicht weg. Ich bin tot. Aber gegen beide habe ich auch keine Chance. Ja, wir haben aber unten drei Charaktere, die Fernkampf und kein Leben haben. Aber sie können die wegficken. Ha. Oh. Tyrande. Was macht Tyrande? Warum rennt die in den Ding rein? Sorry, aber. Töte ihn. Oh. Wie denn? Ja. Wollte grad töten, aber dann plötzlich schlosses. Ne, ich meine dich nicht. Ach so, was? Du stehst hier oben schon wieder AFK rum, oder was? Ja. Hab nicht gemerkt, dass ich hier auch bin. Sag danke fürs Leben retten und meins schon wieder Opfern. Ja. Genau so. Was mach ich denn? Schatten. Was? Lol. Bisschen unsichtbar. Ja. Aber ich sterbe auch. Doppel Diablo. Oh, die können den holen. Und sie haben es geschafft. Doppel Diablo. Doppel Diablo. Ich bin Hilfe. Der war! Ich bin Verzweiflung. Ja, der wollte gerade eine Attacke machen. Verpiss dich mit deinen Attacke. Ganz ehrlich. Oh, was fliegt da hinten? Leute, ich bin tot. Obwohl sie alle gestunnt waren, haben sie mich getötet. Und dich auch. Und jetzt sind sie auch bei der Welt. Nehmt seine Macht in Anspruch. Euer Gegner hat ein Vorzerstück. Ja, was wir waren, ist so ein Nova geworden ist. Was wir waren, ist zumindest. Weil, ja, Nova ist tot. Ihr habt ein Vor verloren. Ja, wir verlieren ein Vor- oder Hader, um genau zu sein. Wir haben heute aber nur Teamkollegen, die nichts auf die Reihe kriegen. Ja, für mich auch schon. Ja, Leute, wir haben heute einen schlechten Tag. Vielleicht liegt es uns, vielleicht liegt es an denen. Vielleicht liegt es an den Gegnern. Oh, ist das nicht. Wir sollten, wir sind seltener Rekro-Team. Ein bisschen leiden. Okay, turn around. Das tue ich jetzt nicht. Cool, wir haben es hier getarnt. Und ich bin direkt wie das nicht, Bab. Ja, ja. Ich will. Ja. Ich will. Ich will. Ich will. Ja. Ich will. ah ja befreit den drachen ritter und bringt euren also ich glaube das untere auf jeden fall kommst du mal nicht stirb jetzt nicht ein schuss oder so sorry aber warum schießt die denn nicht alter ja obe Er hat halt einfach schon deutlich mehr Leben wie ich. Das ist Asse-Zeit. Komm ihn! Mit Petalikam. Jetzt haben sie wieder. Schau mal, ich bin zu dritt da unten gegen den einen und sie schaffen es nicht. Oder? Doch. Zumindest haben sie einen Besieg bekommen, ey. Ohne Mist. Ohne Scheiß, ich war die ganze Zeit zu dritt unten gegen einen und haben es nicht geschafft. Die Flammen werden euch holen. Ohne Scheiß. Wählt ein Talent. Voll zerstört. Kann doch nicht sein, dass da heute einfach nichts zusammenkommt. Oh lecker. Oh ja, es geht halt. Nutzig mehr. Ach du heiligem. Oh, Video. Ähm, ähm. Scheiße. Das war amusant. Oh. Was? Was geht denn? Diese Hölle waren hier Gegner, die man hätte töten können. Noah wahrscheinlich. Ja. Die Drachen werden wieder herrschen. Du haust dich ab, Bongola ab. Ähm, du haust dich ab. Du solltest davon. Ja, ich hau ab. Ich hau ab, da lässt sich drüber reden. Ich war nicht. Ja, ne. Nein. Ihr seht, seine Flammen sind so op. Oh, ne, ich geh nicht hin. Ich geh nicht hin. Ich verzieh mich. um doch wieder live der start der art ich hätte einfach nur live hat überlebt so eine frau der zitadelle an Ja. Oh, ich hab's auch. Muss ich einfach immer wieder hochhealen. Ich bin ein Tank. Wenn ich Leben hab, können die mich nicht töten. Ich muss einfach schauen, dass ich die ganze Zeit Leben behalte. Die Stadine wird angegriffen. Erst wir haben ihn, oder? Ja. Endlich, Mann. Aber er kommt eh gleich wieder. Nein! Er lebt schon wieder. Nova. Ja, kommt jetzt Karate, die kriegen wir auch. Ja, Nova, der Boss. Und ihr selber das kriegt ja heute auch. Weil Nova Gruppe ist. Ja, Silvadas ist tot. Alter. Jetzt kommt der Repush, Alter. Jetzt kommt der Repush. Ich muss ihn zuziehen. Genau. Alle gekillt. Ey, jetzt müssen wir uns Wachritter holen. Hier oben. Einer geht schon oben. Drei geht. Drei geht. Ich bin nur unterwegs. Oben. Ja, eine geht auch schon. Gut, dann geh mit. Bin schon da. Jetzt leben zwei Gegner wieder, aber YOLO. Jetzt leben zwei Gegner wieder, aber YOLO. Na und? Was wir machen? Ich sag ja, YOLO. Oh. Wählt ein Talent. Ein tödlicher Schlag. Serrat, hol doch. Gekillt. Du würdest irgendwas hier. Boah, ich kassier so hart wie Mensch. Den nächsten getötet, komm schon. Ah ne, der ist in den Start ist gegangen. Der war untötbar damit. Nein. Ja, die hätten wir nicht bekommen. Ach, die bekommen jetzt die anderen alle von hinten. Der. Der. Actualercutfen. Alter. Kommt da nicht durch, die anderen wollen alle, dass ich pushe, aber ich wäre sofort tot. Es wird bullshit. Machen wir den. Nein. Machen wir nicht. Scheint nicht auf. Oh shit. Oh shit. Alle rausgekommen. Alter. Das war so minimal Leben. Ich glaube es ist der Gauner der. Doch glaube ich. Hast du mich gesehen? Oh fuck ich komm zu spät. Fuck der schafft's jeder. Oh fuck ich hab hier ein Problem. Mazda we've got a problem. Ja. Erstmal wieder hochheilen. Ich glaub die Taktik ist echt nicht schlecht. Mit Diablo einfach immer zu schauen, dass man wieder zurückgeht und sich Leben holt. Weil ich hab einfach... 7500 Leben. No. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wetter dich. Oh mein Gott. Mh man. Die Macht der Schweinen wächst. Sauber wird's. Ding. Jetzt geh ich aber wieder zurück und kiel mich. Ich muss aber gegen Vassalien hier verteidigen. Ja das mach ich grad. Aber mit Diablo bist du ein ziemlicher Vassalienkiller. Eure Zitadelle wird angegriffen. Aktiviert die Schreine. Nehmt die Macht des Drachen. Ihr greift gar nix unsere Zitadelle an. Hör auf scheiße zu labern. Ja weil die auf dem Weg sind die Zitadelle an. Ja ich weiß. Aber das sagt sie einfach immer. Und ich find's so dämlich. Ja. Dann hab ich's über Planetzeit. Irgendwie wenn die Terraner oder wenn wir irgendwie die Base verteidigen oder so. Und dann so. Sie haben die Base eingenommen. Sie haben die Base erobert. Was ist das? Anstatt dass du sie eigentlich verteidigst ne. Nein wenn die den Drachenritter kriegen haben wir verkackt. Ja. Yes. Unten wurde gecleared. Komm mit runter. Und dann geht's weiter. Ich muss ein Leben mehr auf dem das Problem. Ja. 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 Weil jetzt noch mal ein bett. Weil zwei sind nur 60 und einer lebt wieder. Ist wieder toth. Aber diesmal ist er 60 Sekunden tot. Diesesmal ist er 60 Sekunden tot. Nein. So. Ein Wichser. So ein... Nagazah! Pisser! Ist der dumm Junge! Und der stürmt tot dem! Aber wir sollen jetzt nicht pushen ohne irgendwas. wir holen es den Typen er hat das gab macht er so war das sollte den holen und ich gebe bitte kann ich nicht so lange die da sind er hat mich da geh unten durch, geh unten durch ok und ihr seid alle getarnt, nice Sache erstmal Raider loswerden ah fuck es sind zu viele alter nur wie ihr attack ist aber so op ne gut gemacht doppel kill einfach kill ich hab mir gedacht ich hole die mir mal alle mit dem tausender schaden hier kann ich auch gut was anrichten du gehst erstmal wieder zurück in deine face pisser du gehst du in die andere Richtung weg jawoll endlich ey bitch nice 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 alter die Runde war ohne scheiß immer krass aber geil mal geil mal geil mal spannend ja und wir lagen hinten in der Mitte wir lagen hinten neue stufe ein halb ungefähr so mir fehlt noch ein spiel ungefähr und dann bis Level 30 und dann können wir und dann können wir richtig gewertete spiele machen Leute und dann spielen wir aber wirklich mit Leuten die ungefähr die gleiche spielstärke haben und da glaube ich wird es dann richtig spannend da wird es spannend das würde ich sagen spielen wir auch einfach nur noch in der Aufnahme damit ihr immer für aktuellen Stand seid das heißt wenn wir privat spielen spielen wir einfach schnell suche und wenn wir dann eben gewertet spielen dann spielen wir das mit euch und dann würde ich sagen sehen wir uns das nächste Mal in einer weiteren Folge Horz und bis dahin Servus und Ciao De Löhre